Das war das Problem Ja, aber die ist halt zu weh Ist halt One-Shot mit 3 Schuss oder so Ich trau ihn niemanden mehr, hau ab Oh, irgendwer schießt schon Ja, Eggnox und Miiin Das ist immer Eggnox Eggnox und Tötet ihn Was liegt denn jetzt hier wieder? Ich bin ein Detektiv und ein Detektiv sagt, schiegt ihn Tötet ihn! Tötet ihn! Ja, was ist? Bist du Afka? Bist du wieder Tötet? Irgendwer schießt im Schwein Ja, ich hab Panik getroffen Sind da doch, guck mal Was? Hallo Vanitas Nein Pass mal auf, pau Irgendwer ist gestorben Irgendwer ist im Schrank gestorben von der Shotgun Confirm sein Tod Ich hab's nur gehört Er ist vom Schrank gefallen, glaub ich Was machst du da unten? Ich verstecke mich, berat doch nicht meine Position Sind da doch Wow, im Luft umschacht Vanitas What the? Vanitas ist Vani Hilfe! Da oben, da oben, da oben. War jemand Da oben, war jemand Ich bin hier weg ich würde mich oder das blubster blubster ist low warum bist du low ich bin runter gefallen das glaube ich dir nicht ähm ich renne einfach weiter passiert schon nicht da glaubst du mir jetzt nö das ist doch fucking hell brennen sie mir die Augen ihm brennt die Vagina falla er lebt noch blubster also lebt beide noch was willst du vanitas ich guck nur yoda lebst du noch ok vanitas ist es yoda hat behauptet er wurde von vanitas erschossen aber nein ok wo ist vanitas also gib mir ist es wenn keiner joda gesehen hat dann wahrscheinlich wer ist denn da noch am leben joda ist tot joda ist tot dann ist es vanitas was never jajaja passt auf seid vorsichtig da sterbe ich bestimmt wenn ich da runtergehe joda ist nicht mal missing in action woher wissen wir dass er tot ist er wurde schon da ist er übersehen ups und jetzt behauptet er wurde von vanitas erschossen hier liegt ja auch noch einer warte walitas schieb doch nicht ich hab vanitas erschossen aber bei nein habe ich nicht dann hat er seinen deathbringer eingesetzt nein er ist einfach nur zu schlecht wer lacht denn hier so zreckig ja ich lebe noch ich weiß nicht ob vanitas jetzt endgültig tot ist nein ist er nicht ich hab ihn gerade gesehen er ist in dem ecohaus huch wer ist denn da wow ist ja gut ich würde sagen ich bin schlecht ich bin schlecht aber ich bin schlecht wo ist vanitas wo ist denn der hier sind so viele leichen wer lebt denn noch ich glaube schon wer ist denn da da ist ein senator der hat geschossen ich nicht aber auf mich wurde geschossen ok dann ist vanitas wohl irgendwo was sehr schön wir haben überlebt ein kleines ich hätte von sekunde ein wissen müssen das weiter zu wissen wenn ich sterbe ist es vanitas ich bin tot ja ich hab's auch geschrien und das haben jahre gebraucht bis xermin es mal angedeutet hat ihr seid so schlecht ihr hört einfach nicht zu bei dir hab ich nicht mitbekommen das war super oder ich hab dich von hinten erschossen aber als erstes wurde ich von vanitas oder so angeschossen ich hab angeschossen und hab mich gedreht hast du einen tester ich benutze erst eine tester wenn wir ein paar mehr Leute hier sind ok dann bleibe ich ein stück weg von dir ich will senador tot sehen hallo hast du rache gelüste hast du mich jetzt weil ich dich umgebracht habe hier benutze das und ich lass dich leben hier green bitch ok senador nein machen wir doch wieder und da kommt noch was eggnox schnell schnell eggnox noch was gut eggnox ok ok dann mach einfach mal eben das ist trotzdem senador töten nein spalla hat ne bombe gelegt spalla ist der traitor lüge eggnox is friend spalla hat da hinten ne bombe gelegt unten in unserem schrank töten wie wenn ihr seht oh god sputti weg hier weg hier weg hier weg hier sputti is friend da hinten seid ihr safed da unten beim monopoly spiel ich hab's dicken gehört dicken gehört nein er ist da unten rum gecreept und dann hat's gepiept vanitas er war unter dir er war gerade beim monopoly spiel spalla was ist mit xermon ist xermon freund wurde xermon getestet nein nein ja aber es war spalla eggnox senador vanitas und ich wir vier sind spalla ist ein traiter wenn spalla traiter ist ist xermon safe tötet ihn dann wisst ihr das tötet ihn dann wisst ihr das tötet ihn dann wisst ihr das oh fuck da liegt ne bombe auf fuck oh fuck ich hab doch gesagt da unten liegt ne bombe ja das sagst irgendwo beim monopoly spiel ja ja das ist bisschen abseits davon ne ja mei da liegt ne leiche im schrank auch nicht schlecht Was ist hier? Wer ist das? Scheinbar ist die Bombe hochgedankt Ich weiß nicht wie sie ist Ja dann ist es Spaller Spaller ist dein Traitor Oh wer schießt hier? Oh wer schießt hier? Ich hab ihn erwischt Nice Ich hab ihn identifiziert Warte unten Unten Das ist not a ranged weapon Das hat es mir natürlich leichter gemacht So ein schöner Lüftungsschachtkampf Ist doch was Fähes Hast du mich vorhin eigentlich einmal rettet? Weiß ich nicht Senator du willst es doch auch Komm mal her Verpiss dich oder? By the way die Bombe die du gesehen hast Sputti war eine andere Ich hab ihn weiß nicht Egal ich habe eine Bombe gehört Es hat ausgedrückt Das ist laut Du hast mich nicht gesehen Ich war direkt hinter dir da drunter Die Leiche hat mich gerade irritiert Der hat sich bewegt Wenn du direkt hinter mir warst Wenn du direkt hinter mir warst Dann hast du mich nicht mehr erschaffen Äh ne ich war Ich hab gewartet Ich hab gehört Und dann Gerade um die Ecke abgebogen Und dann wollte ich dann nicht hinterher laufen Ich hab ja noch 4 HP 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 gehabt Noch 4 HP gehabt Es war knapp Das tut mir so leid Ich war grad fertig Ich hab grad fertig Nachladen Egal mach nicht Die Runde ist ja noch nicht angefangen Hier gehts ums Prinzip Es ist in der Dauer Herzlich umgekehrt I have him I have him I have him Nicht schon wieder Schaller Was ist das für eine scheiß Waffe hier? Verente mich nicht Ich zende Waffe wieder Sag mal Sputti Innocent Innocent Wo bin ich? Innocent Flupster hier schmeißen wir so ein Ding Sie haben ein Buchstabier mal Innocent rückwärts T N E C O N I Das ist ein guter Test 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 Das ist Spalla Spalla fliegt Ich will hoch In der Mitte gehst du nach oben Außen gehst du nach unten Ja ich weiss Ich werde schief auf mich Unten hat sie noch eine Gefäße Was hat sich das gerade aufgeschickt? Das war nicht Das war nicht Cermon Sorry Cermon Oh das ist noch eine zweite im Lüftungsschacht Leute Haben sich die Traitor gegenseitig umgebracht Wie blöd bist du eigentlich? Wie blöd bist du eigentlich? Wie blöd bist du eigentlich? Warte mal du hast auch im Lüftungsschacht Und alle drei waren safe Ja Ja ich auch Und du hattest noch nicht getestet bei mir Ja was war das für ein dick Move Was soll ich die Scheiße? Von unten kam einer Dann wollte ich den reinsetzen und rausgehen Hab aber gefehlt Ich bin innocent Und dann hätte ich doppelt Ja das ist push to talk Ja das ist push to talk Ja aber ich push kann halt Was denn? Hallo Cermon wirst du ihn töten? Er wirst du ihn töten? Ich hab gar keine Sniper Schau mal Ja und du kannst ihn trotzdem töten Ich arbeite dran Ich bin hier bei Spaller und Yoda Wenn einer in-game redet Sieht man nämlich auch Aber Traitor, Innocent Oder Detective halt ist Du so als Info Spaller bist du der Traitor? Man hört sich alles doppelt bei Warnit Ich glaube Spaller hat gerade Xermon erschossen Wer ist es Spaller? Spaller ist einer Spaller ist einer Blubster Spaller und Blubster Haben wir es doch zusammen Hallo Sputti lebst du noch? Seid ihr alle wieder top? Boah Giganten Der Knopf Jetzt besser? Blubster schießt auf mich Nein Hört jetzt Blubster Blubster ist der letzte Spaller habe ich schon gekillt Hier oben liegt eine Bombe Nein! Nein man sieht dich noch Warnitast Du redest immer noch Ich hab keine Waffe Was auf Warnitast links? Beim weißen Auto Ich bin Blubster Tja diese Was ist denn Push-To-Talk? Scheiß auf Töt ihn einfach Warnitast Scheiß auf den Push-To-Talk Jaaaa Ganz ehrlich Ihr hättet von Sekunde 1 wissen Wir haben wieder nicht zugehört Hab ich gerade schon gemacht Hab ich schon gemacht Ging nicht Ich sag so Halbblubster Hast du auch Wir können ihn einfach muten Dann passt das Ja Na gut Er ist grad nicht mehr drin Ja sag doch er reconnected Aha Ja Jetzt ist die Spaller der Twitter Ich hab gar nichts gehört Ich hab gar nichts gehört Weil ich hab gar keinen In-Game-Sound Von daher Loll Nicht mal Waffen-Sound Ja doch Aber keinen Reuss Innocent 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 Spaller hat eine Bombe gelegt Gleich Ja habe Wenn wir hier 2-3 Leute sind Wo seid ihr denn? Ich werde nämlich auch getestet werden Hilfe was ist denn? Wo bist du jetzt hin? Ich bin hoch Xermon 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 Hey wer im Fall Xermon wurde attackiert Skaller wird wieder sein Warum brennt das Macbook Bada Ok Blubster Xermon Spaller Hier ist auch noch einer Xermon Hier ist noch ein Vanitas Xermon hier oben Und go Sputti warte mal auf mich Stell mal ne save Ich will auch getestet werden Ich will auch getestet werden Ich will auch sterben Oh oh lauf der Leerle Glaubst du in der Dorf? Vanitas! Vanitas! Ich hab gesehen wie er gelasert hat Es ist mir leid Spaller, das war ein Geflag Ich steh hier bei Blubbs da Die Frage ist, kann ich Sinador trauen? Wurde Xelmon getestet? Wurde Xelmon getestet? Hat der Vanitas getestet? Nein Xelmon ist getestet Sinador, was schießt du? Ach es ist Yoda, Entschuldigung Wurde Xelmon getestet Wurde Xelmon getestet Wer ist der Zweite? Es wurde schon eine getötet Der ist Yoda Spaller ist tot Da ist irgendwer im Schrank Ist das einer von euch? Ich hab was im Schrank Ne Es ist Walitas und nicht Macher Also wurde schon ein Traitor getötet Nein Es ist ein Spaller Nein, aber Spallitas ist einer Ja und? Und noch irgendwer Er ist weggegangen 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 Ich hab ihn Aber die Bombe liegt noch unten im Bett Müsst ihr aufpassen Ich schwärze ihn Obwohl warte mal Ich kann doch mal gucken Hier sieht man noch welcher Draht Sputti, du wirst es nicht Ich bin's definitiv Er sagt Cutting Wire 4 Will be safe Ok, ich probier mal die Bombe Meine Mute-Taste im TS ist übrigens Die Screenshot-Taste Cut Wire 4 Bam Bombe ist disarmt Waaah Ich hab noch eine Waffe Um mich zu schießen Moment, warte Schieß nicht auf mich Sputti Es ist Vanitas Es ist Vanitas Es ist Vanitas Was ist das für eine scheiß Waffe, Mann? Ja Scheiße Ich sehe aber warum schießt er auf mich Ich hab noch eine Waffe von Egg Nox bekommen Hier, Blubster Was? Wir haben nicht geschossen Es bebt Oh, ihr seid alle tot Entweder du oder Vanitas Ja, es war Vanitas Es war im Glopfen keiner Es war doch klar, dass es, weil ich das ist Ich hab noch gesehen, dass du da gerade so eine Bombe angeguckt hast Ich hab nur gesehen, dass du da gerade so eine Bombe angeguckt Ja, weil du Granaten geschmeißt Ja, weil du immer Granaten Ja, deswegen Wer schießt Wer ist Detektiv? Wer ist denn er doch? Egg Nox ist Detektiv Aua, der macht Egg Nox Aua, er findet das oder schien Kann ich nicht sagen Wurde es nicht getestet Aua, hier fließen wir Disco-Bubula aus von Cermon Wir müssen den Den aus finden Jodah hat doch gerade geschossen Ich hab gar nicht geschossen Wtf Wieso hätte wärs denn dann Wärs gerade gesagt Jodah hat geschossen Jodah ist gut Jodah ist gut Keiner hat das gesagt, siehst du Ah, steht in dem Schrank Vanitas ist im Schrank Hallo I do it like these now Mit Ingo ist Yoda 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 ist auf jeden Fall einer Wow Wer will die Fills mit Disco-Bubula Irgendwo ist gestorben Durch den Disco-Bubula Echt? Irgendwo ist Ja, ich hab irgendwie einen Fallen gehört Ja, Fallen Ja, Fallen Ja, doch Oh, Irgendwer schießt hier hoch Oh Gott, ich seh eine Leiche Es ist Egg Nox Egg Nox ist schlecht Jodah ist im Schrank Ja 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 Ich glaub Sinado ist gesprungen War das Absicht? Ich hoffe nicht Wer lebt denn jetzt noch? Nur mal so diverse halber Hey Hallo Hi Bluster Warum bist du hurt? Ich bin gefallen Von der Disco-Bubula Achja, das ist schön Das hat wer geklärt Sputti Guck'n Guck'n Waren Warum stirbst du dich an? Fuck it now WTF kannste nicht schneller sterben Ich hab gehört, Vanitas leben noch Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ich hab gehört, Vanitas leben noch Nein! Nein! Pst! Gotti, warum bist du so schlecht? Der hat ja gar nichts mehr! Ich hab ihn so lau gemacht, ey! Ich hab so gut aufgeräumt am Anfang. Yoda, fick dich! Übertreibs nicht, Yoda! Ich hab auch 3 auf dem Weg! Ja, ich hab Eggnogs umgebracht und da muss ich alle umbringen, die zur Richtung um seine Leiche laufen wollten. Oh, Zenador ist gefallen! Den hab ich umgebracht, der kam mich besuchen im Schrank. Zenador? Ja, der kam mich im Schrank besuchen. Ne, warte mal, wen hab ich denn dann umgebracht? Ich hab keine Ahnung. War das Eggnogs? Bei Yoda war der Feind. Renaissance! Hab ich an Eggnogs umgebracht! Feuer! 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 Nicht ins Feuer! Verdammt! Äh, Feuer! Yoda hat mich in den Kopf geschossen. Hä, ich hab doch irgendwer von hinten in den Kopf geschossen, dreimal! Ah, da ist doch Feuer! 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 Das war doch Zenador! Ne, Zenador hab ich umgebracht, ich hab mich besuchen. War das Xermon? War das Xermon? War das Xermon? Kann sein, Xermon hab ich gehofft. Xermon, wo ist Xermon? Warst du das gerade, der oben auf der Straße stand? Und den ich einfach zweimal angeschossen hab und dann ist er runtergefallen? Ja, genau. Achso, dann war's Xermon, ne? Wo ist Xermon? Wenigstens da hättet ihr aufhorchen müssen. Warum bist du hurt, Zenador? Zenador schießt da irgendwie rum. Ok, Mofi ist bei mir. Schwutti ist bei mir. Dalla ist bei mir. Xermon, hast du Tester? Ja. Tesserino! Go. Test die Schie... Da! Ich glaub es war Sputti, der steht da hinten so gut. Hä? Ich glaub nicht, dass es Sputti war. Sputti stand da in guter Position. Direkt gegenüber. Sputti stand da in guter Position. Nein, da war nicht. Sputti stand. Ja, Sputti war auch. Es sind Sputti und Sputti. Sputti und Sputti waren's nicht. Wir standen heil da oben. Es sind Sputti und Sputti, die beide. I kill you all if you try. Mach keinen Scheiß, Vanitas. Mach dich nicht mit der Shotgun. Mach dich nicht mit der Shotgun. Mach dich nicht mit der Shotgun. Mach dich nicht mit Unglücklich. Mach dich nicht mit Unglücklich. Alter! Geh weg! Alter! Geh weg! Alter! Geh weg! Spalla! Hallo! Ich beschütze Xamon. Ich glaub misstraue Sputti. Ich misstraue Sputti. Ich misstraue Sputti. Ich misstraue auch Sputti. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich lege ein Misstrauenswutum ein. Wer hat geschossen? Au Ryan. Au 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 au! Spalla war innocent! Ihr zeigt's euch, memes ist receue Sputti! Wer hat ihn erschossen? Ich ho also Spalla hat mir grad ein Hand derrière! Ich hab ihn erschossen! Wahrscheinlich xxx numm Gruu... Wer ist es hier? Ok, ich teste ihn. Fuck, er war innocent! Er war innocent! Was? Wir spielen den Traitor in die Hände. Was zur... Ich bin's nicht. Töting Simon, töting! Servo, töting! Das ist jetzt ja sehr traurig. Das hat aber lange gedauert, bis ihr Vanitas im Visier hattet. Das wird jetzt ja einfach. Ich bin da innocent, was ist hier los? Oh no, ich wollte den Killer haben. Was ist das? Was macht ihr? Alitas, du hast vier Leute ohne Grund umgebracht. Ja, ich hab nur dich umgebracht. Ich hab vier Leute ohne Grund umgebracht. Ihr seid so bescheuert. Ja, ich bin erster übrigens mit 74 Punkten. WTF, ja. Ich gucke und vergesse mal am Ende auf die Punkte zu machen. Das ist gut. Ich bin mit 74 Punkten. Aknox ist zweiter und dritter ist Silnador. Vierter Blupster, fünfter Spanner. Vanitas ist das letzte, aber er ist auch Reconnect.